Lass das gleich mal laufen und versuchen mal, ob wir jetzt ganz stumpf den einfach mal reindrücken und gucken. Also ich würde sagen, der sitzt gut, der greift. Gucken wir den zweiten. Und dann, ob der spannende Moment. Die Dinger auch gehen. Ja, ob die Dinger auch gehen, genau. Was ist das gleich zwei Stückchen? Ja, naja, das macht es natürlich nicht einfacher. Gut. Theoretisch ein 27256 und dann die Adressleitung rüberziehen, aber das wäre, glaube ich, mehr Modifikation als unbedingt nötig. Also so aussehen tut es gut. Und ich bin von der Höhe her, hast du auch kein Problem. Dann machen wir doch mal wieder an, gucken wir mal, ob das geht. Kommt da jetzt irgendwas Besonderes? Ah, okay. Jo. Was sind wir noch da? Super. Das soll jetzt funktionieren. Ah! Das ist mein Resonanz-Test-Ikron. Damit man die Frequenz... Gut, dann... Das ist mein Resonanz-Test-Ikron. Das ist mein Resonanz-Test-Ikron. Das ist mein Resonanz-Test-Ikron.